Nice, wie hast du ihn glatt gemacht? Ich glaube, wenn du ein Dreieck nach diesen Kombos drückst, nachdem er so zugeschmackt hat, kriegst du die Ecke nach. Okay. Ja, verstehe ich nicht, dass genau diese Kante immer in irgendeine Richtung hat, irgendwie. Das stimmt doch nicht, wie vor ich schon. Okay, du könntest doch einfach nur L1 und L3 gucken. Ah! Aber dann nach vorne. Oh Gott, sorry. Die Gegner werden doch nicht weggeschlagen werden. Oh Gott, sorry. Die Gegner werden doch nicht weggeschlagen werden. Oh Gott, sorry. Scheiß Vögel. Die gehen mir echt auf den Sack, die Viecher gerade. Wieso kommen denn davon? Jetzt haben die meinen Komodo da unterbrochen, am Glauben. Wie frech. Oh Gott. Oh Gott. Das steht dann gar nicht. Kann sein, dass man doch nur mit dem Speer macht, wenn der mit dem Speer auch sitzt. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ja, das ist eine der Szenen, wo die Kameraperspektive nicht ganz gut geil ist. Jawoll. Huiiii! Das war irgendwie harter Öl sich gedacht schon. Oh, was ist das denn da oben? Was ist das denn da oben so? Hm. Nehmen wir mal ein Stück von euch. Ja, warum nicht? Oh, kein Mensch. Nee, da kannst du jetzt nach links schieben, um da hochzuklettern. Zurück, 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 zurück. Das wäre doch was zu klüge. Das hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Ja. Juhu! Nice. Okay, gut. Nice. Okay, dann hätte man wohl den in die andere Richtung schieben müssen. Wie frech. Und der Blut, der unten drunter ... Jawoll, durchgeschossen, Tor! Nice. Nee. Wann beginnt die Bulli? Dann muss es weitergehen. Da schießt du noch mal? Nee, nee, das geht nicht, Leute. Wann beginnt sie, wann wir gehen sollten? Das ist wieder. weiter bei der struktur gegen bremen so was immer denn auch Direkt vor die Fresse fliegen. Ja, das ist kalt. Das ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, ob der trifft. Huiiii! Die haben getroffen. Das ist eine neue Lippis-Attacke irgendwie. Das ist eine Karusel. Oh ja. Weil das voll die Cheetah-Attacke ist. Aber halt auch. Gut. Das sind die Kunde. Genau. Das ist ein Gerät. ulinzen. Das ist nicht nur eine gute Kunde. Die Kunde. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. aber aber gut Schuss Neue Sebastian Lentzen also morgen Fragezeichen Soll ich dir mal schreiben, wie du kannst Ich weiß nicht, warum der sich da wieder so einen Stress gibt, ey Soll ich dir mal ganz schön in den Folgen 14 Uhr sagt er morgen, also quasi vor der Season Das funktioniert über WhatsApp eh nicht Ich hab mittlerweile angewöhnt, einfach alle Leute anzurufen Und Hardy, der guckt ja vielleicht mal 48 Stunden, wenn er ist Er ist so unfassbar, wie viel dieser Wichs kommt raus, ey Da müssen wir eh nicht besiegen, also Da ist noch deinen geilen äh Monstergeilen Modus Stimmt, Monstergeil Ich kann nicht mal Doppelsprung machen Finde ich frech Das ist ja irgendwie warten, dass die Plattform sich da noch erhebt oder so Die geht noch höher Eigentlich bis 12 Uhr Ich kann mal so einen Nachzügler Alter Man um oh so jetzt da hinlaufen, Dockensprung machen und da dran öffnen, weil sich da irgendwie falsch dann läuft ok, damit habe ich jetzt nichts gerechnet hier hin oder? ich muss jetzt stehen raus oh das ist ein tolles jetzt gerade bitte auch für den Körper teil also Schwede leck mich nicht das ist das ist ... ... ... Mann! Ja sicher! Ja, der hält ziemlich viel aus. Willst du die nicht mal mit den anderen Wachen probieren? Die haben wir schon auf Level 4. Meinst du nicht, die machen mehr Damage? Das war ja schon mal ein guter Start, ey. Mit den Fetten. Oh nein, trifft er aber auch richtig, ey. Der sprang. Sooo, jetzt geht's wieder los. Dann triffst du den gar nicht seitdem der Obert steht. Nö. Fuck der Motherfucker. Nice. Komm schon, lass mich wieder auf die Plattform. Der hat ja aber auch eine Reichweite mit teilweise, der ist nicht mehr falsch. Der hat die übelste Reichweite, ganz viel Leben und der macht noch nichts Schaden. Und ich bin jedes Mal so dumm und renne wieder hin. Ich hab's wieder auf die Plattform ab. Aber bei mir sogar mit den Kürzern gebracht. Ach so, der wird schon stehe immer da. Ach so, der wird schon stehe mal da. Nee, das ist jetzt nehm.